was geht ab bei freunde der jahre terrafox hier gesendet von der erde heute spielen wir so finals und weil wir ihr wisst schon was kommt oder steht ja im titel wir spielen mit der shotgun und ich habe jetzt einen neuen spielmodus ausgewählt ich weiß gar nicht genau was es ist oder soll man auf einer plattform sitzen so ähnlich wie bei teamfotos 2 die bomben wie ein fahrzeug der bombe drin sollten die man dann nach gegenwischen sporn schieben muss wenn es wahrscheinlich auch hier wird sie macht wechsel ist die die plattform meinem halte sie besitzung weiter zu kommen das team das am meisten vorne ist hat gewonnen ja okay also ja und so ich habe der fremd generation eingeschaltet ich glaube dass die lazenz ein bisschen aber gucken wie es aussieht vielleicht kriegen wir über 100 oder so am drei deutschen sprachstift eingetreten verlassen da geht es mal los oder hängt das spiel okay wir haben die modell also nur diese eine schrotflint und okay ich glaube ich steig gerade die fürogranate sprungkisten besetzt sich durch eine zentgranate fibrillate lasst nicht mehr drin okay okay das ist die plattform schon erste gegner da da ist es schon der erste gegner ja wir haben einen unterstützungskill wir haben die plattform erobert bekommen wir jetzt da drauf scheiße ey das mit der shotgun boah der haut hier hinweg alter so okay wir können wir nach fest start das ist das space das start ooooh ich habe das spiel vor allem nicht mehr gespielt sooo also ein unsichtbarer ja ja alter geht wie die munition was ich immer daneben schieße ey wow hatte der ein glück ey was der wohl gedacht hat was das für ein noob war mit der shotgun auf die entfernung und trotzdem keine kills alter keine ahnung irgendwie ist die maus nicht so richtig äh ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll ich höre immer die maus äh maus ding ins kirchen die kamere finde ich kalt wieder zoom hm kann ich ja gleich einstellen ja hier vielleicht ok so hm so ooooh da habe ich die shotgun und ich werde von dem blöden Typen mit dem Bogen erpüchen auch schon wieder einer mit schwert schon wieder einer mit schwert keine Güte die 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 Was sind denn für Spezialfähigkeiten die die alle haben, die können sich unsichtbar machen und so. Ah, schon wieder, wow, das ist im Gegensatz der Sterber, schon wieder der Typ mit dem Bogen. Das war ein Headshot, wie soll es uns überlebt. Ah. Das war, das war, das war, das war, das war. Ja, Schritte. Da ist auch schon wieder einer. Ah, Headling Kill. Keybang. Yeah. Ja. Es wurde auch eine Zahl, dass wir mit der Shotgun einen Kill bekommen. Alter. Okay, wir gehen auf die Plattform. Wow. Gibt'n Dab. Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Und da ist es. Die Retro-Skrab-Kontrolle. Putsch auf ihre Basis. Alter. Uuuh. Uuh. 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 Uuhh. Uuh. Uuh. 1-2 oder was? Okay. Wir gehen wie als Team. Wo kommt man jetzt da drauf? Was sollen wir jetzt hier machen? Wie kommen wir jetzt oben drauf? Ey, wie kommt man drauf? Ich hier die Treppe nehmen oder was? Okay, wir sind drauf. Oh, der ist entkommen. Oh, da ist er ja. Ah, endlich! Oh! Geist Bogenschütze, ey! Ah, jetzt bricht das Gebäude zusammen. Aber ich weiß nicht, wie man hochkommt auf diese blöde Plattform. Ach so! Okay, wir sind drauf. Okay, wir sind drauf. Okay, wir sind drauf. Okay, wir sind drauf. Oh, okay. Oh, okay. Hmm. Ich höre dir nur mal so, was heißt das. Okay, wohl wieder belebend. Hm. Alter. Wie heiße ich denn nicht TeraFox in dem blöden Spiel, was ist denn da für eine Blödsinn, ey? Ich hab keine Ahnung warum ich jetzt anders heiße oder so. 15 Minuten ist eh vorbei, 15 Sekunden meinte ich. 10 Sekunden left. Hey, mit den Scans sieht das auch wirklich professionell aus, ey. Schau doch mal die Scans an. Oh, Maus-Stringer, Stringer, ich hab mich nicht so benannt, was soll der Mist, ey, ich spiele nicht mehr. Das ist das Ding, alles funktioniert, die Shotguns funktionieren nicht, der Name wird nicht angezeigt. Ich geh mal hier als Hauptmenü, vielleicht haben sie den Namen ändern irgendwie. Hm. Oh, Maus-Stringer, weiß ich auch gar nicht. Ich hab keine Ahnung was da mit los ist, vielleicht haben sie den Namen ja verwendet. So, okay, das war The Finals mit der Shotgun, wieder mal natürlich, ne Shotgun wie immer. Die ist nicht so ganz OP als in anderen Spielen, aber naja, ist ne Shotgun halt. Und so, brauch ich ein bisschen länger beim Nachladen, so als die anderen Spiele, aber das war The Finals. Wir haben nicht gewonnen, leider nicht, aber hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen und euch vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, wie immer. Damm hoch für euch fürs Zugucken. Hier kommt der. Tschüss. Tschüss Leute. Tschau. Tschüss. Wo?